Bestärktheit Bestärktheit ist der Zustand, den du empfindest, wenn dich jemand bestärkt hat. Wenn du das große Glück hast, dass jemand dich in deinen Anliegen und in deinen Entschlüssen bestärkt, dann fühlst du dich klar und eben bestärkt. Mit Bestärktheit an ein Projekt heranzugehen, hilft dir, Optimismus zu haben und Engagement zu zeigen. In diesem Sinne, bestärke auch andere. Wenn jemand einmal einen Entschluss gefasst hat, dann solltest du nicht probieren, ihn davon abzubringen, sofern natürlich das Objekt des Beschlusses ethisch ist. Man sollte natürlich niemanden bestärken in unethischem Verhalten. Aber wenn jemand mutig ist und gut überlegt hat, dann bestärke ihn in dem, was er tut. Das wird ihm helfen und das wird dazu beitragen, dass die Sache gut ausgehen kann.